Gibt's da oben noch irgendwas Feines? Eine Pistole gibt's hier, mit 9mm Munition. Hm. Weiß nicht, wo der Zome ist. Isst du grad was? Ja. Ich hab mir was gegönnt. Boah, ich kann diese fucking Cola nicht trinken, Mann. Jetzt. Ich fass es nicht. Was denn? Ich hab die ganze 9mm Munition weggeworfen und hab jetzt ne Pistole in die 9mm reinpasst. Ich hatte doch auch Punkt 45 Munition. Dieser Server-Neustart, ne? Was hat er gemacht? Ich hab mir die Munition abgenommen. Also ich kann... Ja, was ist denn los hier? Ach. Okay, das hätten wir dann halt mal so. Ah, da ist eine Tür. Da kommt gleich durch die Tür, genau. Ja, da kommt er. Ich mach den platt. Ja, was los jetzt? Mach... Mach... Mach sie platt. Uh! Ich hab die Tür ein Stück aufgeschlagen. Ja, da haben wir zwei Schläger ausgehalten. Unter Bluthaus. Ja, die... Ja. Die haben ja die... Die Dings, die... Hast du Racks? Die ganze... Militär-Gierhau, ne? Haben sie ja an. Okay, du hast Racks. Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ich würd sagen, wir laufen jetzt gegenüber in das... Haus. Mhm. Gebäude. In den Tower. Genau. Merkwürdig, dass sie nicht zurückgekommen sind. Ja, vielleicht haben sie... Durften sie ihre Autos behalten und sind weitergefahren. Maybe. Maybe. Ich mach die Tür wieder zu, ne? Ja. Guck mal, hier ist ein bisschen so ein Fenster. Was sind wir denn? Autumn Camouflage Gorka Military Pants. Willst du die nicht haben? Ne, ich hab solche ähnlichen. Weil meine sind nämlich damaged. Ja. Oh, das sieht aus wie so ne... UK Assault West. Die hab ich auch. In Schwarz. Wieso kann ich die nicht anziehen? Wegen dem Holster. Mhm. Wenn ich ein Holster an hab, dann kann ich die... die andere nicht anziehen. Also den... dieser Military Vest. Ich hab den Holster hab ich in meiner... in meiner UK Assault West. Ja, du hast ihn da drin, ne? 10 Tactical Shirt. 10 Tactical Shirt. 10 Racks. Den Knien wär vielleicht ganz gut. Und Handschuhe. Ein Helm. Blue Cargo Pants. Draußen liegt irgendwas Tolles. Ich glaub irgendwie... weiß ich nicht, was das ist. Ich kriech mal raus. Ich komm nicht über... doch. Ja. Da. Da kommt ein Zombie. Glaub ich. Wir wissen, was das hier ist. Smursh Backpack. Okay. Guck mal, leg dich mal hin, Junge. Sollen hier Autos sein? Brown Hunter Pants. Mal kurz gucken. Nein. Aber ein großes Waffenlager, ganz am Ende. Ich kann den Helm nicht anziehen. Meine Fresse, ist das ne Spannung hier. Jetzt hab ich den Helm an. Also, ich bin ganz oben auf dem Dach. Ich seh keine Bewegung. Okay. Geh mal wieder nach unten. Mhm. Aber da kommt ja noch voll viel. Ich höre was. Ich höre was. Zombie, der macht da draußen Party. Party. Ich komm... Ich muss die Tür zu machen, um an die Tür vorbei zu kämpfen. So. Hm. Reden uns in mir. Wie der am Ausrasten ist. Ach, da ist er wieder. Ich möchte das... Versuchen... Leise zu lösen, Mann. Hast du mir in den Kopf geschossen? Das war das einzige, was ich gesehen hab. Ja, da lieg ich da. Okay. Dann lass mal weiter gehen. Schön durch die Bäume durch. Soll ich renn auf die andere Seite? Mhm. Ich höre Zombie. Standardsatz bei unseren Aufnahmen, ne? Ich höre Zombie. Okay. Okay, ich muss mich verbinden. Da steht schon ein Zombie, der nächste. So. Ich renn mal rüber. Oh. Ich hab den Zombie tot gemacht. Na ja, dann. So. Wurden wir hier nicht nochmal getötet? Da stand der irgendwie so... Kann man da rein? Ne, ne? Ja. Ja, da kommt wieder die Frage, ne? Wo wurden wir noch nicht getötet? Ja, das stimmt. Eigentlich schon überall. Oh, da kann man rein. Türen sind offen. Ich höre mal die... Eingangstür. Ja. Ich bin vollgepackt. Bis oben hin. Ich trinke... Ich trinke mal was. Hier steht nämlich was rum. Jetzt kann der das schon wieder nicht trinken. Nein. Ja, dann komme ich ja rucksack. Hier war jetzt nicht so was besonderes. Willst du, ähm, die PET-Wasserflasche haben? Ja, gerne. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Für ein Zombie. Das ist schön, wie der so aufspackt, ne? Hat Spaß bei der Arbeit. Gesteckt mir da schönes. Soll ich dich aufmachen? Ja. Halt ihn mal. Alter. Wo hast du den erschossen? Ja, ich hab den erschossen. Der stand so nah vor mir. Der... wurde mir zu gefährlich. gedauert. Was ist hier das hier? Das ist schon ein Zombie? Was ist denn mit der Piffpachung? verschießen das kommt ich komme ich kann nicht gut zielen damit das ist funktioniert nicht mehr schießen ich hätte ich nämlich sonst 100 pora chancen da wird zumindest eine von uns gestorben heute ein kleiner rucksack auch ein kleiner rucksack ein kleiner hammer eine schaufel ach ja ich habe die tür aufgemacht ein knicklicht und was ist das denn? hunting knife so eins habe ich also wirklich viel geht hier ja nicht ab, ne? nee was ist das denn? cooking tripod ein kochgestell ein teddybär ein brauner teddybär da ist was drin? ja, eine papiernotiz auf dem nichts draufstehen wäre ja auch witzig, nach dem zu schreiben du bist tot und dann BÄM da kann ich jetzt fliegen aber ziemlich viele hier raus mhm was ist das? ne blindgranate cool ein entfernungsmesser da schmeiße ich dir nicht so viel weg die alkoholtinktur die blend hast du geschossen? ja ich versuche diesen zombie hier zu erschießen aber ich kann nicht durch das glas schießen ich stehe mal auf ich gebe es nochmal klick 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 was haben wir hier 3,57er was ist das für ne Magnum? für ne Magnum die ich nicht hab ich hab den hab ich mal mitgenommen den hab ich mal mitgenommen ja dann darf ich ja keinen mitnehmen da ist irgendwas unterm Bett ich weiß nicht was es ist hm boah ey wir machen ja ganz schön Lärm da draußen hm ich lass ihn mal rein so einer weg der zweite weg wir waren aber hier fertig oder? wir wollen raus ja ok puh ich will mal den range dings ausprobieren aber da muss bestimmt ne batterie rein inspect we laser based we used to laser we can we pens und time oh hm hm Da vorne sind noch zwei Hangarnetten, ne? Ja, und so ein bisschen rechts ist noch ein größeres Gebäude. Wollen wir da hin? Ja, zum größeren Gebäude zuerst, würde ich sagen. Warte mal, steht da ein Auto? Ein Zombie steht da. Oder ist das nur ein Gebäude? Also mir wird hier nicht angezeigt, dass hier ein Auto stehen soll. Wo bist du hin? Ach, da im Wald bist du. In den Wald. Ah, das ist wieder so Kartinen-Kantinen-Gedöns, wo ganz viele Türen sind, so offene. Hm, so ein Hangarnetten. Das ist bei Stück. Da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Ne. Aber in die Hangarnetten. Mhm. Ich will ein Auto haben. Gerade eben hinten war die Schuss.